Das Kinder- und Familienzentrum Regenbogenhaus betreut und bildet 100 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Also wir sind eine Einrichtung der Stadt von Kita Bremen und ja eine Einrichtung in Teneva. Und wir betreuen eben alle Kinder, also egal welchen Nationalitäten sie kommen, aus welchen Ländern sie kommen, ob sie Behinderung haben. Also wir betreuen auch Kinder mit einem Förderbedarf, das heißt sie sind entweder entwicklungsverzögert, also entsprechen nicht dem Alter, dem sie laut ihres Jahres auch sein müssen, sondern eben die behindert sind oder entwicklungsverzögert sind. Also wir betreuen sozusagen hier ganz Teneva. Also wir haben überlegt, dass es wichtig ist, gerade für unsere Kinder sich viel zu bewegen. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt auch bei uns im Kindergarten, Bewegung. Wir versuchen auch immer die Turnhalle zu besuchen und so. Und ganz, ganz wichtig ist mir persönlich auch das Schwimmen gehen, weil es immer mehr Kinder gibt oder immer noch. Das ist die größte Todesursache bei Kindern, bei Kleinkindern ist das Ertrinken. Und darum habe ich gedacht, also das müssen wir ändern, so früh wie möglich anfangen mit Schwimmen. Und so machen wir vier Schwimmgruppen, sodass die Kinder regelmäßig mindestens zweimal im Monat schwimmen gehen können. Also da haben wir dann ein kleines Schwimmbad gemietet und da gehen wir dann mit den Gruppen schwimmen. Und dafür brauchen wir ihr Geld, damit wir das mindestens ein Jahr lang bezahlen können. Weil ich festgestellt habe, dass es ja wirklich etwas ist, was wirklich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ArcelorMittal ist, sondern nicht irgendwie die Geschäftsführung zahlt, sondern das ist wirklich ein Anliegen ihres Hauses, ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr restliches Geld, also den Restcent irgendwie sammeln, um irgendwie einfach Gutes zu tun, irgendwie Projekte irgendwie zu unterstützen. Und da möchte ich mich einfach ganz herzlich bedanken bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, egal in welchen Abteilungen sie arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank.